Mir hat heute Abend sehr gut gefallen, wie immer bei Boris und bei der Consilium AG, das kompetente Fachvortrage-Publikum und auch die Versteigerung. Die fand ich besonders schön. Man sieht es an meinem Käppi. An der Zusammenarbeit mit Consilium AG gefällt mir besonders gut die Kompetenz, mit der beraten wird und die Freundlichkeit, mit der mit den Menschen umgegangen wird.